Hallo, hier ist der Martin von Moneymonkeys und das ist die DAX-Analyse für Freitag, den 5.01.2024. Und die faule Sau hat zum Donnerstag, naja, sich ein bisschen Verhalten gezeigt. Also, meine Erwartungen waren hier deutlich ein bisschen größer gewesen, ein bisschen mehr Bewegung. Am Ende haben wir viele Parts von denen gesehen, die besprochen wurden. Wir haben nochmal gesehen, dass er nach unten gestochen ist, er hat dabei kein neues Tief angenommen, er hat das Tief nicht abverkauft, hat sich nach oben gestreckt, auch wenn die Kerze wahrscheinlich nicht sonderlich viele genutzt haben für den Einstieg. Wir sind hochgelaufen, haben an der Kanalkante rumgescharrt und wenn wir so ein bisschen den Tenor von der gestrigen Analyse noch im Ohr haben, dann ging es ja grundsätzlich darum, wenn er unten jetzt mit Schwäche fortsetzt, dann sind 420 und 400 drin. Oder, was er eben auch sehr häufig macht, ist, dass er zum Donnerstag einfach anfängt, die Kiste wieder umzudrehen. Ja, mit einem Nachmittagstief, mit den Amerikanern zusammen, dann wieder hochzudrücken, sich schön hochzuschieben. Wir hatten gestern so sinngemäß gesagt, dass er sich dann in den Bereich 600, 650 reinschieben müsste. Er hat jetzt hier das Hoch bei 630 gehabt, wäre für mich alles soweit ganz schick, wenn er einfach den Tagesschluss auch ein bisschen höher gesetzt hätte. Also Tagesschluss hier irgendwie 610, das hätte mir schon gereicht und ich hätte gesagt, der macht morgen relativ sicher hoch in die 15800 und versucht wirklich die Wochenkerze noch auf grün zu drehen halt. Aber der Tagesschluss gefällt mir nicht, der ist mir zu tief wieder runtergekommen. Tageskerze ist dennoch grün, wir können ja auch kurz reingucken. Das heißt grundsätzlich, dieses klassische Montag, Dienstag, Mittwoch schwach, Donnerstag fängt die Drehung an, Freitag bringt sie zu Ende, ist hier aus der Perspektive auf jeden Fall noch möglich. Wir sehen auch, dass der Tagesschluss sich deutlich am unteren Bollinger Band abbremst. Hier ist auch klar, ein Tagesschluss unterhalb oder außerhalb des Bollinger Bandes würde dann Übertreibungsmöglichkeiten auf Tagesebene nach unten ermöglichen, auch Richtung 200-Tag-Linie, das muss ja auch gesagt sein. Erste Zwischenstationen wären wahrscheinlich dann auch insbesondere hier noch die Gaps. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, die 16,260 oder was das da ist. Warte, ich gucke nochmal ganz genau. 16,255 ist es sogar. Das ist soweit die Tagesperspektive. Werten wir diese Kerze als potenzielle Umkehrkerze. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig, würde jetzt nicht auf Basis dieser Kerze sagen, der muss jetzt hier lang gehen, aber man kann jetzt hier sagen, wenn der Markt über dieses Tageshof am Montagsag wieder drüber strebt, dass er schon eine erhöhte Wahrscheinlichkeit bekommt, dann Richtung obere Gapkante, äh, obere, äh, na, oberes Band zu laufen. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn unser DAX über die 15.600 wieder ansteigt, hat er weiterhin gute Karten, hier das noch voll zu machen, was wir gestern hatten. Einziges, was ich auch noch schade finde, oder was hier ein bisschen fehlt, ist die 650, weil die 650 eigentlich eine schöne Reaktionsmarke jetzt ist. Ähm, dadurch, dass wir die nicht zum Donnerstag bespielt haben, läuft da natürlich Gefahr, Freitag da dran zu schlagen und dann umzukippen, um wieder runterzufallen. Ähm, und das macht es ein bisschen schwierig, den jetzt hier auf Tagesebene prozüglich folgen zu wollen. Weil ich sag mal, wenn man jetzt die Tageskerze nimmt und man sagt, okay, man geht dann prozüglich über 6.30 long, ähm, zum Freitag, dann macht er hier an die 650 ran und kommt von dort erstmal wieder 50-100 Punkte zurück. Das ist natürlich scheiße. Na, es ist ne, es ist schwierig, schwierig für den Freitag zu traden dadurch. Ähm, wäre schöner gewesen, wenn er die noch bedient hätte am Donnerstag, dann wäre nämlich der Widerstand einfach weg gewesen und er hätte da schön smooth durchgleiten können. Aber es ist halt unser Lachs und er mag es nicht einfach. Ah, ein bisschen bin ich trotzdem enttäuscht von der Bewegungsspanne. Definitiv weit unter dem, was wir, ähm, die ersten 200 Tage gesehen haben. Es wirkt sogar recht ruhig. Ähm, und wir müssen eben auch festhalten, Tagesschuss ist zu tief. Das heißt, er macht sich anfällig, dass man das jetzt quasi so zählt, dass man hier sagt, das ist eine erste Abwärtswelle. Dann ist das hier eine Aufwärtswelle als Erholung, als Erholung, die abgewürgt würde. Dann ist das eine zweite Abwärtswelle, wieder eine Erholung, die offenbar auch wieder abgewürgt wird, weil sie viel langsamer hochkommt, als sie runterkommt. Und dann könnte es jetzt hier passieren, dass er noch eine dritte Abwärtswelle lostritt und dann quasi dieses klassische fünfwellige Bild, was man aus der Elbit-Wellen-Theorie hier kennt, hier abliefert. Na, und so eine Welle, die könnte dann hier eben durchaus 420, 400 noch locker erreichen halt, ne. Das würde auch gut ins Bild passen, ne. Von der, von der, ähm, Dynamik der Bewegung hier, zack, noch ein bisschen runter an die Lilian-Linie, hier vielleicht sogar einen Tacken drunter, ähm, das, das würde gut reinpassen, ja. Also, zeigt er sich schwach zum Freitag, plant, plant vielleicht 400, 420 ein. Sollte er sich über 630 zeigen, kriegt er von, oder über 600, würde ich sogar schon sagen, zeigt er sich über 600, würde ich ihm einräumen, dass er bis hoch an die 800, ähm, 820 vielleicht sogar ransteigen kann. Aber ich glaube, die 650, knapp um 650, 660, 670, das sind ja auch die Knackpunktmarken der ganzen letzten Tage. Ähm, ich glaube, da wird es schwieriger. Wenn er es gut macht, stößt er am Vormittag rein, bearbeitet die 650, 670, stößt sich da ein paar Mal von ab, bleibt zur Seite liegen, dann kann er zum Nachmittag drüberflutschen und dann auf die letzten zwei, drei Handelsstunden nochmal komplett nach oben durchziehen und versuchen, die Wochenkerze grün zu kriegen, er muss die ja auch nicht komplett grün kriegen, ja. Ich sag mal, wenn der auf 57, 67 steigt, ähm, das, das würde der Abwärtsbewegung schon voll das Futter weggraben, ja. Und das wäre aber dann wieder typisch für den DAX, im Hinblick auf dieses klassische Montag, Dienstag, Mittwoch schwach, Donnerstag beginnt die Drehung und Freitag macht die Wochenkerze wieder grün, na, das würde da gut reinpassen. Und deswegen würde ich es so handeln, dass ich über 600 mich eher long orientiere, allerdings im Bereich 650, 670 ultra vorsichtig bin, ja, und darüber ihm dann wieder Platz einräume in die 37, 67, 800. Oder, wenn wir gar keine Stärke sehen, wenn wir nicht über 600 sehen und er einfach weiter runter bröckelt, würde ich schon neue Tiefs einplanen unter der 480, eher in den Bereich rein 420, 400. Und ich denke, damit können wir es, ähm, abschließen und dann wünsche ich euch viel Erfolg, gutes Gelingen zum Freitag und dann hören wir uns am Montag wieder. Bis dahin, tschüss.